Wir haben hier die wunderschönen Rosario Sneaker. Die haben wir schon ziemlich lange im Programm. Ist ein Klassiker, den ihr sehr, sehr gerne kauft. Heißt Lavender und der glitzert so schön. Ich hoffe, man kann das erkennen. Wenn ich den gerade so halte, könnt ihr vielleicht auch erkennen, dass der tatsächlich eher für schmale Füße gedacht ist. Und es ist kein Barfuß-Modell, aber es ist trotzdem schön, weich und flexibel. Hat hier oben einen Zehenschutz und die weiße Sohle, die so ein bisschen im Just-Look ist. Machen wir euch einfach mal auf. Ganz einfach zu öffnen mit zwei Klettverschlüssen. Hier haben wir wieder die Lasche, wo die Kinder schön anfassen können, damit der Schuh leichter an- und ausgeht. Dann haben wir die herausnehmbare Innensohle, die berühmt berüchtigte Frodo Sohle, die euch genau anzeigt, ob der Schuh richtig ist, ob er noch passt oder ob ihr, wenn ihr über dem Smiley angekommen seid, vielleicht schon wieder die nächste Größe braucht. In Berlin haben wir ihn in Lavender und in Red.